Wer ist bedingungslos für dich da? Wer motiviert dich, weiterzumachen an Tagen, an denen du nicht strahlst und vergessen hast, wie schön das Leben ist? Model, Moderatorin und Stuntfrau Miram Höller hat ein neues Liebesglück gefunden. Der Auserwählte heißt Nate und kommt aus Kanada. Das Neopar kennt sich bereits seit Jahren. Ich habe Nate auf der Hochzeit von guten Freunden kennengelernt. Etwas später haben wir uns dann zufällig bei einem Schneemobilrennen wieder getroffen, bei dem ich mitgefahren bin und er mein Coach war. Seither waren wir flüchtig befreundet. Erst als mich Jahre später, nach meinem Unfall und Hannes Tod, diese Freunde nach Kanada einluden, damit ich meiner Seele Freiraum geben kann, lernte ich Nate dann besser kennen, denn die Jungs sind in dem kleinen Dorf Red Lake zusammen aufgewachsen. Miriam und Nate teilen dieselben Werte und träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Für das Model ist der Kanadier ein Held. Schließlich ist er es, der die 31-Jährige nach dem Tod ihres Lebensgefährten Hannes Aach wieder zum Lachen bringt und ihr Mut macht, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Im Herbst 2016 verunglückt ihr langjähriger Freund und Lebensgefährte Hannes Aach mit dem Helikopter tödlich. Kurz zuvor bricht sich die Stuntfrau bei einem Shooting beide Beine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017